Ja, hallo liebe Golfer, mein Name ist Frank Drollinger, ich bin Golf-Methoden-Entwickler. Hier kurz vor Weihnachten noch eine kleine Information zu einem möglichen Weihnachtsgeschenk. Abnehmen und Sattessen von Andrea Drollinger. Hat 120 Rezepte und basiert auf Bio-Hacking. Also geht darum, dass man die Auswirkungen von Ernährung auf Glucose misst. Und schmeckt alles lecker, sensationell. Ja, Schluss mit dem Werbeblock. Heute nochmals zum Thema Glaubwürdigkeit im Golf. Und aktuell findet in den USA die Wahl der besten Golflehrer statt. Also an so einem Beispiel, und das macht ja Golf Digest, also ein Golfmagazin, das bedeutendste Golfmagazin der Welt, und an so etwas kann man erkennen, warum der Golfsport so unfassbar unglaubwürdig ist und vor allem, warum das Image so schlecht ist, weil auch so eine Wahl ist wiederum durchschaubar und unglaubwürdig. Also was ich damit sagen will, Qualität kann man nicht durch demokratische Wahl, durch Abstimmen erheben, das geht nicht. Also mein Gut, es gibt Golfverbände, die qualifizieren ihre Mitglieder, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, dann geben die denen einen speziellen Titel. Das ist auch unglaubwürdig. Also weder durch das Erreichen von Alter noch durch Wahl kann man Qualität wählen. Also was müssten die machen, Golf Digest oder auch jetzt die anderen? Die müssen die Frage stellen, welche Didaktik, also Didaktik ist die Kunst des Lehrens, wendet der Golflehrer an? Also gibt es ja nur zwei Ausrichtungen oder zwei Zweige. Das eine ist die 400% Share X-Faktor Imbalance-Methode mit unfassbaren gesundheitlichen schlechten Folgen. Es sind sogar Mikrotraumas dort. Also die sind ja alle verletzt. 62, da gibt es ja wissenschaftliche Fachbeheber, 62% schmerzhaft. Wir sagen 100% schmerzfrei, also stille Verletzungen. Durch diese Schärkkräfte entsteht Abrieb am Hyalinen-Gelenknorpel. Und die andere Methode ist Core Balance-Free-Relase, also die Methode, die wir verfolgen. Und die ist mehrfach wissenschaftlich auch im Deutschen Ärzteverlag und im Pub mit als gesund bewertet. Also das ist die Mindestqualifikation. Und dann scheiden all die Golflehrer, die bei die Sympathie wählen. Die sind sicherlich sympathisch, keine Ahnung, ich kenne nicht alle. Aber du kannst doch niemanden nach Sympathie wählen. Oder wenn jemand einer gewissen Interessengruppe angehört, dann wird er dort gewählt. Also das ist vollkommener Blödsinn und unterstreicht die totale Unglaubwürdigkeit des Golfsports. Das sind also solche, wie soll ich sagen, das hat überhaupt nichts, Qualität kann man nicht wählen. Jemand, der pathologisch unterrichtet, der den Schülern nicht nachvollziehbar unterrichtet, weil es keine Struktur gibt, ist sowieso für mich kein Golflehrer. Das sage ich auch mal ganz deutlich. Also was die Amerikaner dort machen, ist eine Katastrophe für den Golfsport, weil die Menschen draußen, die verstehen ja, es kann niemand gewählt werden. Die verstehen das bewusst oder unbewusst, die durchschauen dieses Mickey Maus. Und dann natürlich sagen die, bei so einem Sport bleibe ich weg. Das führt ja dazu, das hat ja Professor Riedmüller gesagt, die Ursache für ein schlechtes Image ist Unglaubwürdigkeit. Also, schrecklich, 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 unglaubwürdig, unglaubwürdig, unglaubwürdig. Und ich bin davon überzeugt, dass Golf Digest oder auch den anderen hier in Europa Protagonisten, denen ist überhaupt nicht bewusst, was Unglaubwürdigkeit für Kosten verursacht. Also, das ist eigentlich ganz einfach zu errechnen, oder kann man ja auch simulieren, Glaubwürdigkeit hat die Möglichkeit, dass bis zu 20% der Bevölkerung sich mit Golf beschäftigen, wenn Golf, wie durch die Coralance Free Release Methode, als förderte Gesundheit bewertet werden kann. Also, 20% im Verhältnis zu 0,8%, das wäre also das Zwanzigfache. Das wäre also mittelfristig maximal erreichbar. Und aktuell kann man mal ausrechnen, so 700.000 Golfer mal 1.000, ja, das wären also 700 Millionen mal 20. Also, da geht es also schon um 14 Milliarden Wertschöpfung, die verloren gehen pro Jahr. Das sind also unfassbar viele Arbeitsplätze. Das bedeutet auch, dass die Golflehrer voll ausgelastet werden, weil das können wir aus dem Skisport. Neue Methoden wie Carving-Technik sorgt mindestens vor 25 Jahren für Vollbeschäftigung im Lehrwesen. Und die ganzen Golfanlagen wären dadurch geredet. Aber für mich das Allerwichtigste, man würde keine Kinder mehr zwingen, sich durch 400% Schärkräfte, Hohlkreuz, Subinationen, Valkusvarus, Tiefelsrausschlagen, Überdehnen von Schulter, Kniegelenk, Sprunggelenk, Verletzungen zuführen. Und mir hat jetzt gestern wieder jemand angerufen, ja, ich habe Schulterschmerzen. Hallo? Woher kommen Schulterschmerzen? Vom Überdehnen. Also das wäre schon überdehnt. Und da leihen wir natürlich hier die Bänder aus und da wird das Kapselgelenk in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist kein Spaß, Verletzungen. Und ich habe dann zu der Dame gesagt, wenn Sie Schulterverletzungen haben, dann ist das nur die Spitze des Eisbergs. Also die wird es raus haben und führt zu Schulterschmerzen und das Überdehnen. Ja, das gibt es bei uns gar nicht. Also warum? Weil wir einen ganz anderen Becken-Oberkörper-Winkel haben. Also, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Bei Immobilien gilt Lage, Lage, Lage. Und im Marketing gilt Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit. Und die Verbände müssen sich halt gefallen lassen, dass sie unglaubwürdig agieren. Und das ist natürlich eine Megakatastrophe. Also auch die Geschäftsführer, belegt doch, ich habe jetzt zu einem gesagt, leg doch mal vor, irgendein wissenschaftliches Paper, dass deine Methode oder wegen mir auch ein Gutachten von einem Orthopäden gesund ist. Das können die nicht. Niemand in dem Bereich bewertet, Hohlkreuz über Dehnen, Schulter, über Dehnen vom Kniegelenk, Beckenschieben, Beckenimbalanz, Hohlkreuz, Diffets raushauen als gesund. Also kein Gutachter der Orthopädie, das gibt es nicht. Also von der Seite aus sind wir auf der guten Seite. Und wir bilden Golfärzte zum Golf Medical Coach aus, Physiotherapeuten zum Golf Physio Coach. Dann bilden wir aus Golflehrer zum Golf Biomechanik und Herzpro, Athletiktrainer und wir unterrichten auch sehr gerne Anfänger oder Spitzengolfer. In dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Freitag im Dezember 2023. Mein Name ist Frank Trollinger, ich bin Golf Methodenentwickler. Ciao, servus.